herzlich willkommen zu einem shop video es gibt wieder neuen skin wir werden uns das ganze jetzt anschauen ich hoffe euch gefällt auf jeden fall das video das gerne mal ein abo da dann schaffen wir diesen monat vielleicht noch die 150 abonnenten wird etwas knapp aber drei abonnenten fehlen auch nur noch checkt genauso den ersten video beschreibung aus dort kommt ihr mich auf einen twitch kanal dort wird es immer wieder streams geben habe jetzt nicht mehr auf youtube sondern auf twitch vielleicht schaffen dort demnächst auch die 50 follower gestern haben wir die sechs schon erreicht und das würde mich wirklich riesig freuen jetzt schon allerdings mal in den item shop und wir haben eine neue abstimmung und diesmal über über skins die bisher noch nicht drin waren okay das stimmen natürlich direkt ab also wir haben einmal hier ein party klar im prinzip so eine mischung aus dj lama und dann der hier die farbenbomberin hat auch drei verschiedene stile der stil sieht schon ziemlich nice aus auch in das backpack gibt es in drei verschiedenen varianten wahrscheinlich und noch eine an die gibt es dann zwei verschiedene varianten okay ansonsten gibt es den berg hier charakter am prinzip all genau auch vom überreste set auch hier wieder mit diesen dunklen varianten auch hinten mit dem backpack sieht ganz nett aus oder alternativ haben wir den farben schütze auch wieder aus dem farbenbomber set tatsächlich hier auch mit einem skin und spitzhack in einem ich weiß gar nicht was man hier wirklich nehmen sollte muss man mit voll mitmachen ich glaube ich wäre tatsächlich fürs lama hier das gefällt mir am besten aber alle drei skins sehen ein ganzes aus wir haben heute neu ja den schützen asken das im prinzip die männliche version form hier von dem skin vom skin ins schwarze hat genau die gleiche seltenheit sieht ich ganz cool aus im nächsten slot haben wir den augen skin ziemlich beliebt kann man sich definitiv kaufen dann haben wir den geld kraft das ist auch ganz nice als die nächste mit den nickerchen charakter auch super super nice das kind gefällt und vor allem mit den zwei verschiedenen varianten auch hinten mein backpack die zwei verschiedenen varianten zwischen cooler skin genauso wie die spitzhacker mit über effekte kann man sich definitiv kaufen der nachtflieger ist vielleicht etwas groß und laut dementsprechend er nicht allerdings sieht er immer trotzdem auch cool aus nur noch die traum auf lackierung die vom ganzen set tatsächlich am langweiligsten aussieht wobei die hier auf der tag smg mit dem schien golden glänzenden wirklich cool aussieht aber die animation ist immer nicht allzu gut dann haben wir den verser skin ist eigentlich auch ist etwas spezieller deutsches im prinzip einmal so ein ganzer plastik mantel überall drumherum ist sind das backpack sieht ganz cool aus mit dem leuchtstreifen hier kann man sich definitiv kaufen dann haben wir die meteorit lackierung ist auch ganz nice wobei hier der effekt nicht ganz cool aus sieht über anderen lackierung aber die wüsten nominieren hier sieht immer komplett überlichtet außer im vorschau bild allerdings sieht das können eigentlich auch ganz nice aus dann haben wir den drei sternen auch einen ziemlich nice spitzhack also heute wirklich viele viele nice skins spitzhacken etc dann haben wir miemenspiel auch ein neuer und dann haben wir ragequit war gestern glaube ich auch schon im shop drin ist aber definitiv ganz nice also heute wirklich sehr sehr nice shop kann man sich definitiv nicht drüber beschweren wir haben eine zeit hier im wibach shop auch noch den batman das batman paket das war es jetzt mit dem video ich hoffe ihr schaltet nachher wieder ein und dann bis zum nächsten video ciao